Wobei man sagen muss, dass wirklich beide Mannschaften hier eine wahnsinnige Intensität an den Tag gelegt haben. Und das gebührt beiden Mannschaften, wie ich finde, ein großes Lob. Und ich bin natürlich froh, dass wir diesen Dreier geholt haben für uns, weil wir eine Antwort finden mussten einfach nach diesem Schalke-Spiel. Und dem nachkommen wollten einfach auch, was man vor so einem Spiel alles preisgibt, der Öffentlichkeit sagt. Und ich glaube, das zeigt einfach den Charakterzug auch der Mannschaft, wie sie das dann angeht. Und deswegen sind wir froh und wissen trotzdem, dass es weiter eine große Energieleistung bedarf, dieses große Wunder zu schaffen. Domi hat seinen Job sensationell gut gemacht. Domi hat seinen Job auch als Kapitän, wie ich finde, heute vor dem Spiel in der Halbzeit. Dem ist er extrem gut nachgekommen, hat die Mannschaft gepusht, ist vorangegangen als Kapitän und hat seinen Job gemacht und hat sich, wie die anderen auch, extrem gut eingebracht in das taktische Grundkonzept heute. Und ja, kann man ihn loben, sollte ihn auch dafür loben. Und er zeigt dann halt einfach auch, was in ihm steckt und warum wir ihn halt auch so schätzen mit all seinen Ecken und Kanten, die er hat. Und jetzt... Vielen Dank.